Vielen Dank, Herr Kollege Köppen. Die Rede von Mario Mieruch geht zu Protokoll. Dann ist die aktuelle Stunde beendet. Mir liegt ein Geschäftsordnungsantrag des Kollegen Grund, CDU-CSU-Fraktion, vor. Herr Präsident! Meine Kolleginnen und Kollegen! Die Fraktion der AfD hatte in der laufenden Aktuellen Stunde eine sofortige Unterbrechung der Debatte beantragt, um für eine Stunde auch eine Fraktionssitzung durchführen zu können. Die Mehrheit im Haus konnte diesem Antrag nicht folgen. Ich bitte darum, dass wir jetzt die Debatte um eine halbe Stunde unterbrechen, damit die AfD-Fraktion ihre Fraktionssitzung geordnet zu Ende bringen kann und wir dann gemeinsam wieder in die Tagesordnung einsteigen können. Sind Sie damit einverstanden? Darf ich Sie um das Handzeichen bitten? Das ist der Fall. Dann ist die Sitzung unterbrochen bis 16.45 Uhr. Das ist der Fall. Das ist der Fall. Das ist der Fall. Das ist der Fall. Das war in der letzten Woche. Wir sind vor Ort. Da sind die Daten neu. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.